Jetzt bin ich erst gerade raus und jetzt ist die Augen auf meinen Kopf gefallen. Vorher soll er aufnehmen. Das kann mir auch nicht voraussehen. Und die Ente dort fliegt schon seit 2-3 Wochen ständig vorbei. Wir haben den 6. April 2022. Jetzt hat man sie da angefangen. Ich denke, wir sind schon bei dem schönen Wetter.